So, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Da ist Vayner hier und wir befinden uns in der Vergnügungsarchalogie Nautilus, wo wir mit Vanille und Zess unterwegs sind und nananana, wir uns hier im Kreis drehen und mal gucken, was da vorne abgeht. Hallo, bewegt dich. Dankeschön. Hm, na gut, wir müssen einen kleinen Umweg gehen. Kommt man hier irgendwie durch? Hm, nö, leider nicht. Na gut. Gehen wir mal hier lang. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen genauer um. Nicht, dass wir hier irgendwie noch eine Kiste oder so vergessen. Nebenbei haben wir ja schon eine Kiste vergessen bei der Prügelaktion. Zumindest bin ich der Meinung, dass wir da eine vergessen haben. Leider. Das ärgert mich ein bisschen, weil da sicherlich irgendwas Tolles zu finden war. Hm, nicht viel Sicherheit. Ja, für diese Leute, die Lissi Panik muss immer noch so sein, wie eine Welt entfernt. Huh. Huh? Oh, hey. Es sieht aus, dass sie ein Eidolans auf die Parade stellen. Wir beginnen zu. Was sagst du? Wir schauen uns das mal. Sure! Huh? 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 Wir haben diese Programme geholfen, um Ihnen eine Verbrechtung zu verabschieden. Die Lissi, die in Palakolam geholfen und die Stadtkirchen sind, sind noch auf der Runde von der Autorität. Sanctum-Soldier sind auf der Ort, aber sie haben noch zu engagieren den Fugitanten. Die Presse der Postage hat sich nicht zu verabschieden. Was ist passiert? Es ist sie! Ja, sieht aus wie die Armee endlich den gefunden hat. Husses? Sie sollten einfach mit dem Lassi gehen. Sie sind alle infekten mit Pulse oder etwas von jetzt. Ich weiß es trotzdem. Die Parade startet. Kommt, los geht's. Auch mit, äh, naja, was heißt irgendwas, hat sie, ähm, viel mit Fang zu tun gehabt. Und jeder, der mal in der Anleitung nachgeguckt hat, ähm, hat gemerkt, dass die beiden, ähm, einen gewissen gleichen Namen haben. Das hat sicherlich mit ihrer gemeinsamen Herkunft zu tun. Aber das werden wir noch herausfinden, was genau das damit ausmacht hat. Hey, los geht's. Wir müssen das die meisten davon machen. Right? Aha. Ich wusste, wir würden so gut sagen, so. Besser, es machen wir mit einem Schmerz. Die Pompass-Sanktor-Parade. A pageant commemorating the war between Cocoon and Pulse. The show is starting. Look. Okay. It's party time, little lady. Ah? Uh-huh. Ah! Aha. Aha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also das ist die Stadt der Tränen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.